Heute hat Meppen gegen 4L1 nur gewonnen, das Tor sind der 13-minütige Tag, Kulic, Wollich, Koiber, natürlich sind sie aktuell auf Platz 7, 8, gegen auf Platz 5. Und Meppen hat nochmal das zweite Tor gemacht, im Nachhinein durch jetzt steht es 2-0. Am Ende sind es halt die drei Punkte, deswegen.